ok ich weiß zwar nicht genau wie ich das jetzt gedeutscht habe aber ich habe es gemacht 5 portion bombs portion bombs das war so klar open your eyes and see ok theoretisch muss man jetzt die maps sehen ja genau wir sehen die map das ist geil und die oberen noch mal wir haben noch fünf stück von daher können wir uns das ruhig mal leisten naja stopp da ist ne eine the hero friend two prayers one lost und du bist the stars was find your desire ich habe mal die eine mitnehmen wenn wir die andere noch mitnehmen das ist das falsche ich sprengen hier von daher und jetzt hier noch drüben haben wir noch ein bisschen geld nicht schlecht was noch mal hier blimstone spinn blimstone spinn blimstone spinn sind hier lalala 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 ich fliege neben sie und mach sie verhärtig boss of steel ich glaube boss of steel gibt so ein 17 ja sehr schön das ging schnell klingt gut deswegen nehme ich damit hier ist sonst nichts gähnehm okay der noch und der da drüben okay der schießt da hin und dann ist er jetzt tot sehr schön ähm ganz kurz mal gucken haben wir denn hier alles jetzt gemacht was ich so machen wollte uns fehlt da noch ein schlüssel dann können wir noch hier hoch hoch hier haben wir noch den raum bei dem ich auch nicht sicher bin und wieder versprengen kann deswegen lass ich es hier oben auch schon drinnen dann hast du roten ach sieh meine an loki was kannst du also ich meine es wirklich was kannst du voll verfehlt aber ok was war das denn jetzt gerade da das trend gibt mir power ach so bäm 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 loki helft oh Hilfe was macht warum machst du so alter dieser typ ne hör auf damit ist nicht witzig bob hör auf damit bob und wir arbeiten zusammen ich weiß es ich weiß es einfach das sah ganz gut aus stopp 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 ja kommt aber noch einer kommt noch einer kommt noch einer kommt noch einer kommt noch einer ok denn das war's oh ranger ja alter noch ein leben die behindert ich glaube das war's mit dem boss das wird wahrscheinlich nicht mehr gut gehen ich muss da unbedingt diese herzen sprengen komm funktioniere warum funktioniert das nicht ach man ah so kann man das machen ok aber dann ist auf jeden fall nochmal ok aber dann ist auf jeden fall nochmal ähm nachkommst du dein ernst natürlich kriegen wir nichts ok um an unsere bomben verballern wir haben keine chance mehr da ist der geheimraum sehe ich gerade also einer der starke auf die sprache das hätten jetzt gerade noch gefehlt zu kurz vorm boss ich habe keine bomben mehr ich habe keine bomben mehr ich bin so schlecht ich bin ja mal gespannt was das für ein boss ist ach das ist Mom Nein wieso denn beim Arm wir waren so weit ok jungs neue runde neues Glück da wollen wir jetzt hier nicht verzagen sondern mal die Mami fragen wir waren soweit wir hatten alles wir waren wir waren die halt die fresse wir waren die wir waren die overpowered und bastarde dieser welt und jetzt auf einmal ja 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 ich kann ja wenigstens mal zeigen was ich mit den x meinen weil da ist schon wieder nix seht ihr das da hier oben ist ein x deswegen wollte ich mir das und das auch noch einfache was da drin ist oh double soul heart und sonst haben wir ja nichts mehr schade oh oh nicht nett nein nein weg da nein das ist nicht nett ok ok wo es fliegen wo es fliegen wo es fliegen obwohl wir haben jetzt die chance Mr. Mega zu finden oh komm was machst du hier naja du mit einer komischen fliege Mr. Feminine als ersten gegner zu bekommen ist echt scheiße weil die chance da den devil zu bekommen ist für mich persönlich sehr gering weil ich nicht so gut bin ok komm her ok gut solange er so rennt ist das alles super dann macht er nämlich keine fliegen und das dem rennen kann man eigentlich ganz gut ausweichen jetzt macht er gerade eine menge fliegen das ist jetzt unschön boah wie habe ich das gedutscht ok rennt er wieder ok es war da keine fliegen mehr ich habe mich bloß nicht von seinen komischen googeln treffen lassen nein das kann nicht sein komm jetzt war so gut ich habe ihn nicht einmal treffen lassen denn sowas ah mann ah mann gegen dir beschissenem Vieh da oh das ist jetzt mein Eingrad Cube of Meat ja gut mal den Rest des Raums noch weil die erste Ebene ist natürlich sehr einfach da möchte ich natürlich jeden Raum mitnehmen jetzt haben wir denn hier noch oh 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 alter war das knapp ey da oben noch der komische Spooky Heinz hier so klack haben wir denn hier einen Stein mit einem x ich sehe nix haha witzig was haben wir denn hier oh komm so Leute können wir jetzt gerade ähnlich mitnehmen von daher kann ich das noch mal lassen und ich glaube nicht dass wir noch wenn wir jetzt vier Dinger kriegen ärgere ich mich ich glaube sowas sollte ich immer am Ende der Stage machen wenn ich mir denke okay gut kriegst eh nix mehr dann kann man das machen aber oh kackam hier ist die kack am dampfen hehehe witzig ich bin witzig stirb stirb ok gut super ihr habt keine Chance gegen mich das ist klar ne ich bin der absolute Oberprofi ich habe auch gestern das war so geil ich sag ja ziemlich oft ähm ist mir doch auch aufgefallen ich sag ja doch ziemlich oft das Wort alter im Let's Play ich versuche das ein bisschen zu handhaben dass ich das nicht so oft sage weil die Kritik an sich war schon take row inside ich weiß nicht genau was das macht die Kritik an sich war schon nicht dumm ähm ist natürlich ein bisschen nervig ich habe mir das letztes Jahr mal angeguckt so schlimm war es in der Folge jetzt nicht aber es ist natürlich trotzdem ein bisschen nervt wenn der eine die ganze Zeit alter sagt und deswegen habe ich mir die Kritik angeguckt und aber dann meinte der eine dieses dieses warte 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 alter Alter und da meinte der eine so ja bist du der Gosse aufgewachsen oder so ich habe jetzt 58 mal alter diese Leute Alter genau das meine ich die Leute die dann zu maßlos übertreiben ich habe das mal nachgeguckt dann aus spaß ich habe glaube ich 8 mal alter gesagt in einmal alter wie behindert und ja meine ich habe 58 mal alter gehört und 18 mal davon alter wie behindert I can see forever a la we hab ich hier ähm nein das ist dann immer so wenn diese Leute die es eigentlich gut meinen könnten sage ich mal okay muss noch mal Räume durchgehen weil I can see forever zeigt es nur wenn wir im Raum drin stehen diese Leute die es eigentlich gut meinen sage ich mal ne die meint ja nicht gut die die geben den guten Ratschlag und raffen es selber nicht und müssen es müssen es dann in dem Moment sich verbauen sich verbocken was bist du denn Poison shoots indem sie einfach so ein nützloses sinnloses kommentar dann im endeffekt ablassen und das warum nicht einfach sagen hey du hast ziemlich oft alter gesagt versuchen mal das zu besser ist doch okay das finde ich klasse das kommentar da freue ich mich drüber wenn jemand so was mitbekommen was ich jetzt wirklich nicht mitbekommen habe manchmal merkt man das selber gerade ist halt so okay jetzt stimmt du auch nach da aber ich habe mich weg zu pupschen du bist eklig sehe ich hier einen ah hab keine Bomben nein stopp hab keine Bomben ich hab keine Bomben gib mir eine Bombe auch du darfst mir gerne eine Bombe geben wenn du möchtest ach komm schon muss es sein mein schönes soul hart hier ist nichts okay okay einer war tot ich freue mich wenn ich das gerade nicht treffen konnte aber ich bin jetzt nicht böse deswegen also freut mich schon haben wir hier noch etwas mit stein steine sind in der menge ich frage mich ob wir den stein haben sie mal sprengen können oh nein ich hasse ja genau ich hasse die dinge die großen spinnen sind echt nervig weil ich nehme die manchmal einen halben raum so mit ein und du hast überhaupt keine chance bei dich irgendwie zu bewegen ich bin attack buddy juhu ach der fliegt zu seltsam boah dass ich da durchgekommen bin ok dann gehen wir noch runter los attack buddy los attack buddy los attack buddy los los do your job wo geht's ja noch komm attack buddy ok sehr schön aufgefüllt haben wir auch oh nein oh nein oh nein ich hasse euch stirbt läuft super toll bad trip geil echt ich bin begeistert so maßlos begeistert von bad trip gut gut wir müssen auch mal rosa vom boss machen würde mich gerne noch ein paar herzen wieder zusammen sammeln ich sage das ist immer so easy als wenn es einfach wäre und dann verliere ich im endeffekt mehr als ich eigentlich sammeln wollte aber gut ist gut das ist okay da wollte ich eigentlich keine herzen normalerweise gut das war klapp oh nein es war so klar jetzt das war jetzt so klar dass das passiert was ich jetzt eigentlich nicht wollte warum warum es ist zu traurig was trinken sollen vor der aufnahme so ok er denkt man die macht einen job macht einen job macht einen job macht einen job ok jetzt schießt er wieder jetzt kennen wir ja bereits jetzt jump doch hier seine aber ja das habe ich nicht gesehen habe ich nicht kommen sehen witzig schneller schneller attack buddy ja ja auf damit auf damit auf damit auf damit auf damit auf damit los attack buddy ja super ich liebe ihn ok halbes herz eine milch für range und damage ne für damage und range up genau so rum und was haben wir hier noch hier haben wir nichts mehr sonst und dann können wir eigentlich ein gesegnet nach unten machen ok jetzt sind wir in der höhle sehr schön das ging schnell oh pferd was macht breit was macht ach du scheiße aber lässt sich damit nicht selber welches beinahe eingelaufen welches beinahe eingelaufen joker ich weiß nicht was joker macht das ist mal so glaube ich so ein random item dann würde ich mir vorstellen können ja lolola stirb natürlich renne ich da rein das ist ähm oh level skip ok das ist interessant was ok wir könnten das level nein wir könnten das level skippen wenn wir jetzt wollen ok ein herzen bekomme was wir nicht nehmen können super charge the tech ach nein warum charge the tech komm schon ich hasse charge the tech ich kann damit nicht umgehen na gut ok flopp flopp und flopp und flopp ich kann kein herz auf sagen wir haben zu wenig herz ich brauche hp abitems ok chariot 4 deswegen tue ich mal nichts machen hier kann kann sein dass ich sonst freue ok der buddy der muss irgendwie da bin ich noch nicht so zufrieden mit und klack ok super vielleicht komme ich mit der charge the tech dann besser zurecht als früher aua muss das sein moment ok super moment werde ich die münze und und was machst du ah nein das ist der der eis heller heller und heller und er machen ja super fängt geil an hier wir hatten so geile 1 im ersten run gerade ja mal erwischt das ist sehr schön was bist du denn was kannst du denn alter hör auf damit habe ich wieder alter gesagt ich darf es nicht mal sagen stimmt es ist echt nervig ich merke selber jetzt wo ich drüber nachdenke ist es unschön bitte verzeiht mir haben wir da ein hammer oder oben ist ein stein mit einem x läuft zu fliehen es bringt eh nichts wo ich hätte doch was zu bringen close aber sehr schön da man nichts weiß ich warum ich da oben gegangen bin ich hätte gerne unten gehen müssen okay das ist auch nicht schlecht aus ich würde gerne die bombe noch was haben wir hier drin der pipa blub okay ich habe ein auge auf dich oh hallo hallo freunde heute zum spielen kommen kommen wir jetzt können wir jetzt ja komm mal wieder eine münze da rein ich weiß nicht ob es genau was wie viel genau das bringt ab wann man da irgendwie was macht so was haben wir denn hier Geminina gute gleich noch bitte lass mich dich kühlen ohne dass du mich attackiert ich bin sehr sehr dankbar ach komm schon das wäre jetzt mein debilte gewesen du junge du du nutzt aber auch die unfähigkeit anderer menschen aus das ist so gemein von ihm eigentlich hallo 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 sucht das baby gerade mal zu erwischen ja natürlich habe das baby nicht zuerst erwischt okay was machst du hp ab und oh geil so lässt sich leben wir haben keine bomben also ab nach unten hp ab wir müssen nur noch die hp voll kriegen das wäre sehr geil aber ich weiß nicht genau aber das schaffen ach scheiße was machst du was tust du da hinten was tust du denn ich weiß nicht genau was du machst bleib mir fern ich kenne dich nicht ah ok es gibt bomben das gefällt mir es gibt bomben so den tod stehen einsammeln und was haben wir hier ach du scheiße ach du scheiße da habe ich jetzt beinahe reingeraten das war jetzt sehr sehr close sehr sehr close sehr sehr close bam noch eine bombe äääh hier kann man nichts sprengen alles kein x lalalalalalalala ja das aber auch in der kinder auch immer schief gelaufen würde ich meine wenn man zu zweit als fliege ist schon nervig finde die eine fliege gerade dahin will die andere gerade dahin das kann ich mir schon scheiße vorstellen So ein x eine falle Vielleicht ob die das bringt deswegen bringe ich den mal zum explodieren ich weiß nicht ob die jetzt irgendwie bonus zu bringen oder sowas kann ich nicht sagen Monstro na du Sackgesicht du alters jahr komm mal her du Monstro Komm her Monstro komm her Monstro ja komm doch zu mir wow nicht auf die Art und Weise nein Nein wer wird den hier spucken Du wirst deine Freunde natürlich voll spucken wollen Könntest du ruhig mal gerne genau irgendwo Ja genau ich hasse dich Monstro wieso du ziehst du doch nie was ab du gibst mir doch immer die der will dir zwar rum Warum warum passiert das gerade ich bin es ohne zu ich gucke gerade nicht auf die map also ich sehe es nur so ein bisschen Das ist witzig ich gucke in die kamera aber ja genau ist witzig Oh Monstro ich liebe ich danke Monstro Was haben wir denn? Oh Bloody friend nehme ich mit ich nehme alles mit So haben wir hier Range up Bombs are case Ob das positiv ist weiß ich nicht aber naja Wir haben zwei Freunde Die uns helfen Nicht mehr so viel leben Aber das ist eigentlich ganz ok Aber mit Schlüssel ne Hier war doch irgendwo noch was wir aufschließen können Hier drüben Juhu Mal schauen was drin ist Ähm Hätte das so hart gerne aber ich glaube nicht dass wir es noch bekommen Aber doch warte mal da ist ja noch was Oh nein Wie habe ich das gerade gemacht Better builds Speed up bitch Cool entweder sehen wir gerade was passiert oder wir kriegen jetzt nur noch gute pillen das kann natürlich auch sein Was ich beides feiern würde und wir kriegen das saulat Nice wir kriegen das saulat den restlichen coin steckt man dann wir könnten auch noch hier rein gehen gehen Okay Bams Oh mein gott wie geil Bams Okay das ist nice Das ist nice das gefällt mir Ähm Und plupp Wir haben fast sechs herzen damit ist nicht zu scherzen Jawohl und ab nach unten Oh mein gott nein ich träume von einer wiese ich kenne doch nicht Ich hab mal vorkommen gekriegt Witzig Sonne Lass Ähm Nein La 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 Oh Hör auf damit sowas ist nicht nett Oh wir kommen in den Kampfraum Damage Destruction Damage Ich weiß nicht genau ob das ist das damage gebracht hat oder nicht Aber auch gerade ehrlich sagt nicht so viel zeit dafür verfolgt mich doch Die blöd Die blöd Kommt her los kommt her ja 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 genau Ich will kein Leben verlieren Ich will kein Leben verlieren Hier tut mir immer Leben abziehen das finde ich nicht okay Da bringt unser bloody friend da gerade nichts bei dem Viechern Aber die bringt was Schlüssel Goil Schade ich würde gerne Schlüssel haben aber Wir haben anscheinend eine kleine Die hat mich getroffen gerade wir haben anscheinend eine kleine ähm Schhh Einen kleinen Schutz davor Okay Hier können wir uns aber noch nichts kaufen Ich weiß nicht was der moon da macht The moon Oh Oh Wie gemein Wie gemein Wie gemein Wie gemein ich habe keine Bombe Bleibt Und noch einmal kommen Super Ich habe eine Bombe Wie gemein Oh ich habe eine Bombe Wie gemein Schwarzes Herz oder Conny Schwarzes Herz oder Conny Da ich so unversichtlich bin Schwarzes Herz Na gut Wieso nur ein halbes Ah das hat es wahrscheinlich das andere aufgefüllt Wow Ich habe eine Viere Einmal Einmal Ich habe ein